Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von SOMA. Wir haben ein neues Ziel bekommen, wir sollen jetzt nach Teta. Jetzt haben wir zwar endlich Lambda erreicht, aber jetzt sollen wir unbedingt nach Teta. Nur da gibt es die Chance, dass wir aus der ganzen Hölle hier rauskommen. Catherine ist auch ein Roboter. Schade, dass es kein Mensch ist. Kein weibliches Wesen. Wir haben niemanden, wir haben wirklich niemanden. Was ist denn das? Ich hab schon gedacht, ich kann klopfen. Kann ich mich hier denn verstecken oder was? Komm, mach mal lieber zu, das Ding hier. Junge, du sollst es doch zumachen. Zu? Nö. Alles klar, alles klar. Stecken wir uns mal an hier. Äh, ha, was? Was ist das? Curie-Emergency-Vessel 4. Hey Simon, kannst du mich hören? Ich höre dich. Kannst du das Ding fahren? Hör auf, ich gebe es dir einen Versuch. Alter, können wir mit dem Ding jetzt fahren? Ich glaub nicht. Sorry, es ist tot. Oh nein. Schockt. Die CV kam von Curie. Es war ein Schiff, das immer mit Runden zwischen Lambda und Lisbon macht. Es sieht aus, dass der Wettbewerb dicht ist. Vielleicht kannst du ein Vessel wie dieser drin finden. Klingt wie ein Plan. Ich werde nur die Sicherheitsinformationen abschalten und update das Omnitool. Da, es sollte dir helfen, dass du es umdrehen kannst. Great. Haben wir jetzt trotzdem wieder auf die Karte, wo wir hin müssen? Aber wir haben ja keine Karte. Stimmt ja, wir haben ja gar keine Karte. Ach, wie konnte ich das nur vergessen? Oh, nee. Ist das schon wieder so ein böser Roboter oder ist das ein Lieber? Wahrscheinlich böse. In dem Spiel sind alle böse. Was ist denn das? Vielleicht sollten wir den Lichtern folgen. Ob das so cool ist, weiß ich nicht. Wo kommen wir hier hin? Oh nein, was ist das schon wieder? Was ist das schon wieder? Was ist denn das? Ich habe Angst. Ich habe Angst. Scheiße. Alter, wo muss ich denn hier lang? Scheiße. Bin ich hier überhaupt richtig? War das nur eine Warnung? Oder hatten wir einfach nur Pech? Könnte ja auch sein. Einfach nur Pech. Da ist eine Tür. Aber die ist verschlossen, glaube ich. Verdammt. Oh, da ist die offen. Oh, das Omnitour. Komm, lass mich rein. Zugriff gewährt. Himmel sei Dank. Hallo? Hallo? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Komm, mach auf das scheiß Ding. Die Schotten hier. Alter, wo sind wir hier? In der Titanic sind wir jetzt. Jetzt finden wir gleich den Klunker finden wir jetzt. Aber das ist, glaube ich, das Ding, wo wir hin sollten, oder? Da irre ich mich. Oh Gott. Oh Gott. Aber das Spiel leckt immer so ganz komisch. An bestimmten Stellen fängt es einfach das Lecken an. Ich weiß nicht, warum. Hallo? Noch sieht alles gut aus. Noch ist alles im grünen Bereich. Ich betone noch. Hier mit ein paar Glubschis dranhängen. Jetzt laufen wir total im Kreis, oder? Weil... Wo ist denn Täter, verdammt? Jetzt sind wir auf der anderen Seite. Wir könnten richtig sein. Wir könnten. Oh nein, irgendwas kommt da. Irgendwas kommt da. Wo denn? Wo denn? Alter, fick dich! Fick dich! Wo soll ich hin? Ich will gar nicht nach oben schauen. Komm, wir gehen wieder rein. Wir gehen wieder rein. Nein. Lass mich doch rein. Ist er weg? Ist er weg? Alter. Junge, du kriegst jetzt richtig einen aufs Maul hier mit dem Knüppel hier. Komm, gib mir den Knüppel her hier. Da ist der Knüppel. Los jetzt hier. Jetzt kannst du kommen, Mann. Du kriegst einen mit dem Taillen ins Gesicht, sage ich dir. Du kriegst richtig einen auf den Kopf, Mann. Als wenn mir das Stück jetzt was helfen würde. Als wenn mich das Stück retten würde. Alles verwuchert hier. Aber ich muss sagen, es gefällt mir bisher besser, wenn ich mit Nicht-Robotern zu tun habe, als Gegner. Also wenn das eher so komische Erscheinungen sind. Das finde ich cooler als Roboter. Denn Roboter sind doch irgendwie langweilig, oder? Ich weiß auch nicht. Sieht fast so aus, als sind es hier alte Schiffswracks oder U-Bootwracks. Weißt du, was weiß ich? Alte Gebäude? Die irgendwie... Oh, jetzt habe ich mein Stück Stab verloren. Scheiße! Das kann ich mich nicht mehr wehren. Was ist denn das? Und da kommt schon wieder komische Musik... Komische Musik. Komische Musik hier. Oh, 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 shit, 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 shit. Ich gucke ja schon auf den Boden. Ich stelle mich ja schon in die Ecke. Ich stelle mich ja schon in die Ecke, Leute. Bitte, bitte, lass mich in Ruhe. Ich möchte doch bloß ins Innere. Sicherheit will ich haben. Sicherheit. Da ist, glaube ich, eine Tür. Hier ist eine Tür. Oder ein Loch. Und hier ist eine Leiter. Das ist richtig cool, diese Wracks zu erkunden irgendwie. Oh, da wartet bestimmt irgendwas hinter... Da wartet bestimmt uns irgendwas. Aber die Tür geht nicht auf. Die Tür ist versperrt. Oh, Mann, oh, meine, meine, die Tür? Die geht auf. Ich habe gedacht, da steht jetzt jemand hinter uns oder so. Was ist hier oben? Kommen wir hier noch? Ne, hier gibt es gar nichts mehr. Wir kommen auch nicht hoch. Wir kommen auch nicht hoch. Oh, oh, noch eine Tür. Der Antidorn wäre jetzt da schon wieder irgendwelche komischen Gestalten gewesen. Aber hier passiert irgendwie überhaupt nichts. Ganz selten. Ganz, ganz selten hier. Aber trotzdem, es gab eine geile Atmosphäre, muss ich sagen. Es ist gerade irgendwie richtig cool. Oh, 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 oh. Hacht doch das Ding ganz auf. Nur jetzt. Oh, Gott, Gott, Gott. Hübsche, gemütliche Betten. Und er muss schon wieder laden. Ganz gemütliche Betten ohne Kissen und ein paar Pflanzen. Alter, ist das euer Ernst, Mann? Okay, haben wir hier sonst noch was? Können wir das Ding hier... Ah, ah. Ist das gut, wenn wir das machen? Ich weiß nicht. Nicht, dass da drinnen gar kein Wasser ist. Diesmal kriegen wir das Ding hier auf alle Fälle nicht kaputt. Okay. Gehen wir mal hier rein. Oh nein, es wird dunkel. Es wird dunkel, Freunde. Es wird richtig finster hier. Oh Gott. Oh Gott. Lass mich in Ruhe. Shit, 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 shit. Ich verstecke mich einfach hier. Nein, Alter, fick dich. Fick dich. Ist das der Typ jetzt hinter mir, oder was? Alter, was soll ich machen? Was soll ich machen? Oh nein. Scheiße. Oh, wirklich, Alter. Fick dich. Alter, hab ich grad Gänsehaut gekriegt, Mann. Alter, ich darf hier nicht schauen. Oh nein, gleich macht er mich platt. Nein, Mann, nein, Mann, nein, Mann. Fick dich. Alter. Wo soll ich denn hier hin, Mann? Wo soll ich denn hier hin? Scheiße. Oh, lass mich bloß in Ruhe, Alter. Ich hab keine Ahnung, wo ich hin muss. Das ist noch eine Tür. Scheiße. Jetzt wird's richtig spannend, Leute. Komm, bleib offen, bleib offen, Mann. Ich hoffe, es ist bloß einer von den Typen. Ich hoffe, es ist bloß einer. Oh nein, eine Sackgasse, oder? Scheiße. Scheiße. Oh nein, fick dich, fick dich. Alter, Mist. Auf dich kommt der Typ jetzt nicht her. Er ist weg, er ist weg. Ist, glaube ich, hier links lang. Scheiße, da hinten läuft er. Alter, Mist. Alter, Mann, ich zieh den an, indem ich den anschaue, ne? Oh. Kacke. Nein. Ey, hoffentlich kommt der jetzt nicht hierher, Mann. Ah, ich glaube, er kommt. Lass mich in Ruhe. Ist er weg? Ich habe keinen Plan, wo ich hin soll. Das ist ja das nächste Übel. Ich weiß gar nicht, wohin. Mach doch das Ding. Oh nein, das steht dahinter. Hey, da steht einer. Scheiße. Mann, wo muss ich denn hin? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Hier waren wir doch schon. Oh, da geht's hier rein. Oh, ist eine Tür. Was ist damit? Kommt, 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 kommt eine Leiter runter, glaube ich. Aber was ist hier hinten? Oh nein, ich gehe hoch, ich gehe hoch, ich gehe hoch. Ich gehe einfach hoch. Ich gehe hoch, ich gehe hoch. Lasst mich in Ruhe. Ich will gar nicht wissen, was da hinten ist, aber ich gehe einfach hoch. Kann ich die Leiter jetzt hochziehen? Kann ich die Leiter jetzt hochziehen? Nein, kann ich nicht. Ey, was ist das hier für ein krasses Schiff? Scheiße, was ist das? Eine Packung Milch. Was liegt hier? Eine Bohrmaschine, ein Akkuschrauber. Bosch Akkuschrauber. Was ist das? Ein Schlacht-Dildo. Keine Ahnung. Alter. Jetzt geht's los hier in dem Game. Jetzt geht's richtig los, Mann. Der Horror ist bestimmt noch lange nicht vorbei. Geht hier das Wasser noch? Obwohl, Wasser habe ich eigentlich im Überfluss. Brauche ich nicht. Oh, die Schüssel. Mach lieber zu, Alter. Obwohl die ganze Scheiße bestimmt eh schon rausgespült ist. Bäm, 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 bäm. Bäm, bäm. Ist ja witzig. Okay, okay. Doch nicht so witzig. Wieder zurück zum Ernst des Lebens. Überleben. Hallo? Alter, Scheiße, Mann. Scheiße. Wo sind wir hier schon wieder? Vor allem würde ich gerne wissen, was wir hier suchen. Was wir hier brauchen. Kann man sich das Missionsziel irgendwo nochmal angucken? Oh ja, das ist wahrscheinlich das Raumschiff. Gucken wir uns kurz nochmal um hier, bevor wir da reingehen. Das ist das Schiff. Das ist das Schiff, Leute. Diese Leiter, die uns nirgendwo führt. Oh, ich höre wieder irgendwas. Am besten, Mann, ich gehe einfach ins Schiff rein. Am besten, ich gehe einfach ins Schiff rein, Mann. Oh nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Lass mich rein. Komm, ich setze das Ding ein. Oh nein, 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 Mann, Alter, was verlangt denn die Olle von mir? Die will ernsthaft, dass ich hier wieder rausgehe. Diesen Irrenha... Ich weiß ja nicht mal, wo ich gehen muss. Komm, mach das Ding auf. Mach doch auf, verdammt! Was ist hier? Alter Shit! Ey, lasst mich in Ruhe! Oh nein, ich bin hier voll in der Ecke, Mann. Ich kann hier nichts tun! Oh nein, gleich kriege ich eine gelangt. Gleich kriege ich eine und bin down. Alter, fick dich! Da steht das Viech, Mann! Verzieh dich! Nein! Steht das Viech hinter mir oder was? Ey, das erinnert mich hier so ein bisschen an Daylight, oder? Da musst du dich auch in die Ecke stellen und am besten nicht bewegen, damit das Viech dich gar nicht angreift! Oh, das Viech steht immer noch da hinten! Shit! Shit! Das ist glaube ich der Maschinenraum hier, aber wo ist das Viech? Oh, kann ich das hier einsperren? Ich glaube ja. Ich könnte das Viech hier einsperren. Ah, da hinten. Wo kommt das Viech jetzt her? Mann, wo ist denn das Ding? Oh, nee, da hinten. Da hinten hockt's. Es kommt aber auch nicht. Oh, da kommt's jetzt. Jetzt kommt's. Glaube ich. Alter. Kommst du links oder rechts? Scheiße, 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 scheiße. Mach das Ding zu hier! Mach zu! Oh, haben wir's eingesperrt jetzt? Ich glaube ja, ich glaube ja, ich glaube ja, ich glaube ja. Komm, 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 wo ist das Zeug, wo ist das Zeug? Was haben wir hier? Sind wir jetzt sicher? Oh man, hoffentlich haben wir das Ding jetzt endgültig eingesperrt. Nein, was ist das jetzt? Ey, wo müssen wir denn hier hin? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ahem ist nix. Jo Leute, hier beenden wir die Folge erstmal, Alter Man pumpt richtig die Pumpe Man schlägt die Pumpe, Alter Ich weiß gar nicht, was hier abgeht Jetzt wird das Game richtig interessant, Mann Jetzt werden wir von irgendwie so komisch Kreaturen verfolgt Die wir nicht ins Auge sehen dürfen Was weiß ich, nicht zu nahe kommen dürfen Auf jeden Fall total krank, aber trotzdem richtig geil Leute, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen Vergesst die Likes und die Kommentare nicht, wenn euch das Video gefallen hat Lasst ein Abo da, wenn ihr mehr sehen wollt Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge von Soma Wenn wir hier das schreckliche, grausame Schiff erkunden Mit komischen Lebewesen, wenn es überhaupt Lebewesen sind Und wenn wir uns in Shuttle setzen, auf den Weg nach Teter hoffentlich Wenn wir so weit überhaupt kommen Leute, bis dann, ciao